Sie startet durchaus auch mit Wolken und mit einigen Regenschauern oder Gewittern und nur mit mäßig warmen Temperaturen. Aber dann, dann kommt erneut eine große Hitzewelle auf uns zu, Höhepunkt wahrscheinlich der Donnerstag. Hier am Beispiel Freiburg im Breisgau, da werden wir Temperaturen von knapp 40 Grad erleben, 38, 39 Grad und verbreitet in Deutschland wieder einen Tag mit mehr als 35 Grad. Es gibt eine Untersuchung, wie sich die weltweite Erwärmung über die letzten Jahrzehnte verteilt hat auf der Erde und zwar für unsere Sommermonate, Juni, Juli, August. Das ist das Ergebnis. Das ganz Interessante, Europa ist definitiv der Hotspot. In Europa sind diese drei Monate zwei bis dreimal so schnell warm geworden wie im Rest der Welt, weshalb wir so häufig immer heißere Hitzewellen erleben mit Temperaturen jenseits von 35 Grad. Jetzt aber zu unserem Wetter zum Wochenstart. Heute Nacht ziehen Regenschauer in die Osthälfte Deutschlands. Morgen tagsüber zunächst erstmal viele Wolken und anfangs nur wenige Schauer am ehesten hier in der Mitte. Später am Nachmittag bilden sich in der Mitte und dann noch später zum Abend hin auch im Süden kurze Schauer und Gewitter. Die Temperaturen nachts liegen meistens bei milden 15 bis 20 Grad, tagsüber im Norden 18 bis 24 Grad, im Süden 25 bis 32 Grad. Und in dieser Richtung geht es weiter. Am Dienstag noch ein paar Regenschauer im Norden erneut, ansonsten ist es schon sonnig. Der Mittwoch bringt viel Sonnenschein und da sehen wir die Temperaturen 30 bis 37 Grad.